Die Predigt-Grundlage ist der Psalm 40 und ich lese diesen Psalm aus der Übertragung Hoffnung für alle. Überschrieben ist dieser Psalm mit echter Gottesdienst. Ein Lied von David. Voll Zuversicht hoffte ich auf den Herrn und er wandte sich mir zu und hörte meinen Hilfeschrei. Ich war in einer verzweifelten Lage geraten, wie jemand, der bis zum Hals in einer Grube voll Schlamm und Kot steckt. Aber er hat mich herausgezogen und auf festen Boden gestellt. Jetzt haben meine Füße wieder sicheren Halt. Er gab mir ein neues Lied in meinen Mund, einen Lobgesang für unseren Gott. Das werden viele Leute hören. Sie werden den Herrn wieder achten und ihm ganz neu vertrauen. Glücklich ist, wer sein Vertrauen auf den Herrn setzt und sich nicht mit den Überheblichen und den Lügnern einlässt. Herr, mein Gott, du bist einzigartig. Du hast so viele Wunder getan. Alles hast du sorgfältig geplant. Wollte ich das schildern und beschreiben, niemals käme ich zum Ende. Dir geht es nicht um Schlachtopfer und andere Gaben. Du verlangst keine Brandopfer und Sündopfer von mir, sondern offene Ohren hast du mir gegeben, um auf dich zu hören und dir zu gehorchen. Deshalb antworte ich. Herr, hier bin ich. Was im Buch des Gesetzes steht, das gilt mir. Ich will gerne deinen Willen tun, mein Gott. Dein Gesetz ist mir ins Herz gegeben. Vor der ganzen Gemeinde erzähle ich voll Freude, wie gerecht du bist und handelst. Herr, du weißt, nichts kann mich abhalten, davon zu reden. Nie will ich verschweigen, dass du für Recht sorgst. Vor der ganzen Gemeinde rede ich von deiner Treue und Hilfe. Ich erzähle, wie ich deine große Liebe erfahren habe. Herr, du wirst mir niemals dein Erbarmen versagen. Deine Liebe und Treue werden mir stets bewahren. Unlösbare Schwierigkeiten drücken sich vor mir auf. Meine Verfehlungen haben mich eingeholt und die Folgen sind nicht mehr zu überblicken. Jeder Mut hat mich verlassen. Herr, ich bitte dich, rette mich. Komm mir schnell zur Hilfe. Wer mir nach dem Leben trachtet, der soll scheitern und öffentlich bloßgestellt werden. Wer sich über mein Unglück hämisch freut, den jage mit Schimpf und Schande davon. Alle, die schadenfroh lästern, haha, das geschieht ja recht, sollen vor Schreck erstarren und über ihre selbstverschuldete Schande. Aber alle, die nach dir fragen, sollen vor Freude jubeln. Wer hat dich als Retter kennt? Und liebt, soll immer wieder rufen, groß ist der Herr. Ich bin hilflos und ganz auf dich angewiesen. Herr, sorge für mich, denn du bist mein Helfer und Befreier. Mein Gott, zögere nicht länger. Ich möchte gerne beten. Danke, Vater im Himmel, dass wir diesen Gottesdienst heute Morgen feiern dürfen. Danke für diesen Tag, der vor uns liegt. Danke für diesen Text, den wir jetzt gerade gehört haben, wo David so eindrücklich beschreibt, was er in dir hat. Die Geborgenheit, die Ruhe. Wie er beschreibt, wie du bist und vor allen Dingen, wer du bist. Herr, du bist einzigartig, so schreibt es David. Danke, dass wir das erleben durften und erleben dürfen. Du bist größer als alles, was uns begegnet ist und begegnen wird. Und so bitte ich dich auch gerade jetzt in dieser schweren Zeit. Corona ist in aller Munde und keiner weiß, wie es ausgehen wird. Und so bitte ich dich an dieser Stelle für unsere Politiker. Schenke du, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Lenke ihr Denken, ob sie dich kennen oder auch nicht. Herr, ich bitte dich, dass wir als Hoffnungsträger diese Zeit ausnutzen und den Menschen von deiner Hoffnung weitererzählen. Und so danke ich dir, dass du jetzt hier bist. Danke dir, dass du, Herr, zu uns reden wirst. Gib du uns die Aufmerksamkeit und auch die Konzentration, dass wir auf das hören, was du für uns bereithältst. Amen.